Hallo und herzlich willkommen, wir spielen jetzt hier ein B2 Ach sagt los Und jetzt ist es wahrscheinlich Philipp wieder voll Pornös drauf, weil wir aufnehmen Ich hasse es Ja und wir sind wieder mega scheiße dann Rauch! 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 Wer? Oh nein! Oh Gott, Alter, Philipp, bitte sei gut Quotige Heil und G Der Quotige Gumbels Diese Namen Alter, ja genau, 3 gegen 2 Jetzt muss ich ein bisschen anstrengend Musik ein und G Musik ein und G, Decker Jawohl, Philipp, so läuft's Ja Weiter So, jetzt mach ich doch mal die Musik aus Ja, hab ich mir auch gerade gedacht Vielleicht mach da wieder so eine Lieblingsmusik an, die seit letztem Mal Die Marschmusik, ja Ja, die Deutsche Wenn's so Marschmusik auf Spotify gäbe, dann könnte ich sogar an und aus machen im Spiel, das wär cool Ja, ja, ja Einer soll umsonst spawnen, hey Hallo, das sieht keiner und die hat Gruppenkumpel getötet, das war schön Hör hat auf mich geschossen Ja, diese Alter, Philipp Alter, Philipp Mein Herz ist stillgeblieben, Junge Tu mir sowas nie an Die sind dann beide aufm Camper da Warum bist du nicht tot? Ja, ich hab dich auch gemestert Nein, ich mein... Fuck Der sitzt in den Ding Weil du... weil... Ja, klar Hallo Was weiß Dein Hedge ist stillgeblieben, ist Achso Ja, es ist sehr schnell wieder angegangen Sicher gibt es nie Hedge Boah, wunderschön auf Alter, Philipp, der einzigste, der glaub ich aufm Kopf schießt Alle Handelriss ist nicht immer so auf Bodenhöhe Aua Wundern dir nicht Oh, haha, Bodenhöhe Oh, der war schon leer Boah, Philipp, nein Oh, nein, du Untermensch Oh, fuck Hey, cool Musik 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 aus Gun Du bist so Magic, Philipp Das ist der Oberschitz Ach, komm Alter, ohne Witz, ihr hattet jetzt recht, der ist schon wieder voll vernünftig Ne, Fabian Gewohnheit ist dir Ich hab irgendwie so ein bisschen drauf gewartet, dass er da wieder hingeht Mhm Ich bin grad drunter gesprungen, weißt Ja, dann ist er tatsächlich da wieder hingegangen Das ist ja schön für Fabian Ach, Mann, Philipp geht mir so auf den Sack immer, wenn wir aufnehmen, ist der so gut Der Kurtengumbe Wir sollten nicht mehr aufnehmen, ich bleich ab Ja, da ist vor allem Philipp auf einmal so voll scheiße wieder Dieser Sturz Rotensturz, haha Boah, Alter Tobi, wo bist du? Da kommt Nils heute wieder Nein, Tobi Keine Ahnung Was? Hättest du wohl gern Heute ist Montag Heute ist Montag Monday Touristai Musik Alter, das ist wie 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 Oh shit Fuck Der ist wieder irgendwo am Arsch Am Arsch Am Arsch Mann Warum dreht der sich denn in der Mini Sekunde um? Warum dreht der sich denn in der Mini Sekunde um? Ich bin voll auf Messern gewesen Wo ist der hin? Nice Tobi Mann, das war so dämlich Warum will ich messern? Warum? Damit Tobi dich killt Da kommt er runter Philipp, fall nicht Fall Nein Was? Ziel zerstöre Bombe erlangt Achtung, feindliche Vorräte Was? Halt dich schon eine Lüge Ich bin eine Lüge Philipp, Vorräte Ich fühl's irgendwie, ich bin nicht hin zu der Porn-Hilse-Phase Ja, ich fühl's auch, Alter, ich spür's schon, dass ich nicht... Was ist der Unterschied zwischen fühlen und spüren? Ja, ich... ich... Oh, Tobi Jawohl, Philipp Arsch Gut gemacht Natürlich muss der von links kommen Mann So ein Bullshit, ey, ich hab da drüben einen gesehen, wir waren da hinten Der Flo Der Flo, ich hätt dich fast gekillt Aber du warst, du warst voll schnell, ja, wieder weg Du hast das Glück, dass ich so spät erst drüber geschaut hab Bin so schlecht Ich muss noch mal eine andere Woche spielen Tja wohl Schiff Boah, Philipp, bist du gut? ja ich wollte gar nicht hochklettern ich wollte da irgendwo rumsneaken aber das da hat man nicht so gut gesehen voll die geile Taktik Taktik wird Taktik auch kommen nein ich habe alle drei macht werde ich in dem haus irgendwie war irgendwo in dem haus ich bin einfach nur als König reingelaufen weil Phil was mit dem haus das ist ja schön roten Gucke nein äh lass mich hm was willst du denn Philip ey ach meine Nase sie will niesen ja Lasset sie niesen ey ja dann halt nicht ja Lasset sie niesen Amen ach komm Alter ist so scheiße nach unten zu schießen Marco ist wieder in seinem Brunnenhaus hab ich gehört ja Lügen Fresse du bist wir sind vor dem Alter das kotzt mich so alles so schön so schön und ja schön was haben wir du das ich weiß nicht was ich spielen soll es geht alles nicht mein das kan es nicht sein weißt du der zweite tag hintereinander wo ich einfach nur Ja Flo, wir haben wieder Minecraft gespielt, ne? Ja, alter Minecraft stinkt. Mach meine ganzen MW-Skills kaputt. Du hast dich zu sehr erschreckt Flo, dass er ein paar MW-Skills aus dem Gehirn raus gepullt ist. Ja, mach dich auch, aber er hat mich erst gewonnen. Ich bin da! Da gewesen! Der ist oben, ganz oben drauf. Hä? Wie kann der mich denn da sehen? Nein! Das ist nicht verarscht! Man muss seinen Klick nach unten senken. Oh, man ist mal wieder voll der Scheiße. Ich hab gerade mein Fenster zugestellt. Ich hab zwei Minuten da rauf, oder eine halbe Minute hab ich dann geschaut. Äh, in der Autobisch-Mann-Geschaut, geschaut, geschaut. Dann mal, also denke ich mir, komm, mach ich schnell das Fenster zu. Es ist ziemlich kalt, in dem Moment rennt er dann natürlich vorbei. Das ist der Oberschritt. Ja, die bösen Fenster, die Fenster. Schnauze, ich kämpf nicht. Das ist ganz kurzes taktisches Warten, bis jemand kommt. Ganz kurz. Oh. Toll. Hab ich nicht mehr gesehen, entschuldigung. War der denn, Philipp? Weiß ich nicht. Hey, als ob ich da nicht getroffen hätte. Nein! Ich wollte Klasse wechseln! Passiert. Nein! Boah, Marco kann echt nichts. Boah, Marco kann echt nichts. Eih, du bist. Ja, bitte. Ich hab diese OMP, ist so Nubig, Alter. Ich geh, ich geh, ich geh weg. Ich muss jetzt besser in der Wohnung rumlaufen. Ich hab's nicht mehr was, wie sie es wollen. Der ist auf A drauf. Oh, äh, verlob. Ba, Bipo! Boah, shit, der sitzt ganz in der Ecke und kämpft wieder sich nen Arsch ab. Der ist unten durch, der ist da durch, du hast ihn gesehen, der ist da durchs Tor durch. Der ist da hundertprozentig des Tor. Der, der kennt sich wahrscheinlich wie den Banus ab jetzt. Ja, er war da auf alle Fälle unten, du hast ihn gesehen. Hallo! Der, ich... Ich wusste mal. Taktisches Warten, mein Freund. Alter. Guck mal, er schießt daneben und kills schon wieder. Tobi, das bei dir genauso manchmal, ja? Ja, manchmal, dann mach ich's auch. Ich hab null Kills, das ist so schlimm. Ja, oh, da würde ich jetzt mal, äh, schon langsam anfangen, mich anzustrecken. Ja, ist es. Oh, cool. Einiger, ich bin ein Peiniger. Der, ne Moodi, ist ein Peiniger. Ah, das war das ist. Alter, ja klar, Messer halt zweimal daneben. Ja. Passiert halt manchmal. Da, äh, wo's hoch geht zum Ding, sagt schon. Ich hab' den ganz kurz gesehen, der oberste. Ich hab' Angst, ich weiß nicht, wo ich hin soll. Flo, hab' ich dich da kurz angehittet? Mhm. Ja. Ich hab' ab, äh, ich hab' angefangen zu schießen und in dem Moment hab' ich dich nicht mehr gesehen. Manchmal so der Bullshit, ey. Die Fauste. Feindliche Herrier im Anflug. Man. Sehr gut. Alter, ich hab' die mir so auf den Sack heute, das gibt's gar nicht. Tobi lebt noch. Da oben, oben, oben. Und unten. Scheiße, der ist unten drin. Ich bin tot. Warum bist du denn tot? Der Tobi hat mich gekillt. Der hat gerade auch auf mich geschossen. Wie kann der das nicht killen? Wie geht das denn? Ja, mache ich nicht mehr. Ich bin viel zu weit weg von der Bombe. Alter, wie konntest du dich denn jetzt von Tobi killen lassen? Der hat doch gerade auf mich geschossen. Nee, ich habe auf ihn geschossen und dann auf ihn. Ja. Ja, ich habe ihn einfach nicht getroffen. Ja. Alter, was hat denn meine Mutti da wieder für einen Rotz an Chips gekauft? Oh. Oh mein Gott, ich habe ihn gehört. Alter, ich habe ihn voll digital. Boah, der sitzt da oben auf die Balkone. Balkone. Ja, ja, go, go, go. Nein, falsch. Als. Ja, jetzt nicht. Ja. Frodo, du bist der Einzige, zu überleben. Nee, doch nicht. Nein, Fabi, lecker auch. Ich dachte, du hast Fabi gekillt. Der Markus zu unserem Spawn gelaufen. Markus, nein, so pass auf, weil Flo wieder in den Kopf sind. Aha. Jetzt war schon eine halbe Minute her, aber trotzdem mal Flo inkommen, bitte. Ja, das kann ja auch länger her sein, muss ich sagen. Alter, Soldernwinniger. Nein. Der kämpft dann schnell. Da musst du ihn eigentlich erschlagen dafür. Aber es klappt, du Mongo. Ja, Flo, immerhin steht er nicht 07. Der ist oben im roten Haus auf dem Balkon. Der schießt im roten Haus. Der ist im roten Haus. Oh shit. Auf dem Balkon. Ja, ich weiß, ich war gerade am Unternehmens, aber natürlich sollte er in dem Moment kommen. Da ist er nicht, Philipp, ich hab da schon defused und du hast mir die volle ins Arsch drauf eingeworfen. Warum hat er eigentlich nicht sich hingelegt? Für den Arsch. Sehr gut, Philipp. Hast du gut gemacht. Ja. Alter, Flo. 07. Was ist bei dir los, ey? Nichts, das ist es ja. Nee. Nö. Was, lol. Ah, klar, was war es gekommen. Ich sehe keinen Doktor, Alter. Nein, bitte, neben ihr zieht, Mann. Oh, Marco, Alter, ich bin gerade aus der von Dings da in deine Sicht reingekommen. Ich hab den Typ da gesehen und du hast daneben geschossen. Also nicht den, wo du gemeint hast, sondern da links ist auch einer gelaufen. Echt, wer hab ich nicht gesehen? Ich hab mich auf den Einhaltern spezialisiert. Schwit. Nur warum hast du mich gekillt? Ja, weil ich jetzt auch mal killen habe, Leute. Wo ist der? Der war oben im roten Haus in dem Raum drin. Bullshit! Der ist rausgejumped. Nee, der ist immer noch. In dem Raum drin. Willst du dich selber töten, Marco? Neee. Na, 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 na! Maaan! Oh, maaan! Oh, arschloch! Maaan! Warum musst du denn genau hier stattdessen sein? Ich geh die Plätze nach und gerade noch zum Messer. Schau mal, da hab ich die Hand bevor ausgestrickt zum Messer. Alter, guck, das sind auch meine Schüsse eingeschlagen. Ich hab dich nämlich auch grad gesehen. Wie lange hast du deinen Raum überlegt und überlegt? Ja, Spaß! Und dann machst du sogar Tobi noch. Oh, mein Gott. Oh, ja, erstmal die Nipplereien, so. Alter, guckst du fuck. Das ist meine Glücksheit. Na schön. Äh. Ach, Bälle. Was kannst du denn jetzt gerade? Nix. 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 Caps fressen. Und alleine kann ich auch nix gegen. Ja. Natürlich! Hattest du Taktikmesser? Ja. Ja, deswegen, ja. Weil ich hab gemestert. Ich war immer noch wieder Messer. Oh! Erst vorbei und dann... Waffe. Hm, wann pack du die Waffe endlich mal aus? Der ist so langsam, ey. Das ist der Obershit. Äh. Äh. Was macht der? Ach, der Fahrrad... Fabian. Ja. Geh immer doch mal was anderes. Das ist schön. Ich hab hier keinen Ninja. Das ist nicht so schön. Ja. Hab ich auf vielen Klassen auch nicht weiter gesehen. Der Pro braucht sowas nicht. Ich hab überall Ninja außerhalb der Sniperklasse. Ja, der spielt sowieso keine Musik. Ja. Ja. Ja, hab ich nur stampfen gehört ohne Ninja. Mann ey, Wille. Der ist in der Mitte beim Raunenhaus. Ach, oh, fuck you. Kann ich im Sporn. Der läuft grad zum Camperdach. Oh, ne, die Chips sind ekelhaft, die muss ich weg tun. Was sind das für Chips? Was sind das für Chips? Chips? Chips. Tollten-Winneger? Boah, geil krieg ich die, ich liebe die. Oh, Salten-Winneger sind geil. Weil Chips sind Chips und Chips sind geil. Du Bitch! Da liegt wieder in deinem Kämpferraum, da, der Spastikmer. Da ist sie jetzt auch noch nie. Kannst ja mal probieren. Nein. Ja, war da noch... Das ist trotzdem so an, dass Markus seine Kills nur durchs Camp macht. Hä? Warum... Warum hat den... Ja, weil die einfach unter mir lag, Junge. Hä? Das ist vollkommen unlogisch. Ich hab nicht mal... Jetzt hab ich eine Runde in Ace gemacht und jetzt geht sie denn. Wow, bei zwei Leuten, Freude. Ja, ja, ja. Ja, ja. Freut dir, Christkind, kommt bald. Mal schauen, ob ich diesmal wieder fülle. Den Teufel wirst du. Hört nicht so aus. Oh man, du hast auch keinen Ninja, oder? Du bist! Das gibt's nicht! Nein, da ist noch einer! Nein! Nein! Der kommt von hinten! Boah, was bin ich heute scheiße? Das kannst du dir nicht geben. Ich hab den zuerst gesehen, aber... Alter... Alter... Hä? Hä? Ja, das ist schlimm, Junge! Ist klar! Schau dir das mal an, ey! Was denn? Ja, schau dir das mal an! Was denn? Ja, schau dir das mal an! Wahrscheinlich! Nein, Amixver ist es nicht! Ach, wie? What the fuck! Boah, ich hab jetzt richtig Zorn auf sie, Amik, lass es aus. Du, weil du das jetzt losgenommen hast. Einen kriegst du noch. Nein! Ach, fuck you! Der eine ist Richtung Rotes Haus. Einer ist ohne Rotes Haus. Oh, da haben wir zwei, kein Ding. Den nicht mehr. Ja, ist sicher! Treff nix! Aha! Endlich! Danke! Ach, Flo! Du kannst noch was! Du Arschloch hattest eiskalt! Ja, natürlich hatt ich eiskalt! Das wollte ich gerade auf den Quotengumbe da was schmeißt. Der Quotengumbe war schon wieder auf dem Balkon. Flo, ich mach das nochmal, weil ich motiviert es nicht mehr. Er hätte dich aber trotzdem getroffen. Bist du, Herr Helzenheim? Ne, ich glaube nicht. Boah, Alter. Boah, Alter. Hab ich doch gerade motiviert, Flo, gibt's Zug. Ach, noch mal, nicht in Langwand. Mhm. Ich glaube, ich hab nochmal. Das ist aber echt langweilig. Ja, klar! Schönen Tag noch. Er hatte mich richtig. Du musst einfach rumlaufen, dann bringt dir die Drohne nichts. Paar Pipu. Kieche, Brot. Boden auf dem Camperdach. Und im roten Haus. Ich bin so scheiße! Oh, Leo. Oh, oh. Ich bin so scheiße. Oh, Leo. Okay, aber oben im roten Haus. Versucht's nicht mal. Ah, ah! 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 Na, tu! Ich hab drei-zwei Mal daneben gemessert. Gut gemacht, Team. Bereitsmachen für die nächste Woche. Alter, 7,7! Philipp, jetzt streng ich noch eine Runde bitte an. Ich hab noch eine! Noch eine! Eine! Aber wir, es ist ja nicht schlimm, wenn wir verlieren, ja? Weil wir sind jetzt zu zweit. Ja, ja. Marco sucht sich jetzt schon wieder auszulegen. Ja, ist halt einfach so. Jetzt sieht man mal wieder, wie high-motivated der ist. So. Ich glaub, einmal kann man es noch. Alter, die Klasse von der Scheiße! Ja, ich lerne da auch nicht. Alter, war das Scheiße! Der ist im Brunnenhaus und ist so ein Lacker ohne Witz. Fabi! Ja, ich hab ihn gesehen, aber... Das soll ich... Nur noch einer, ja? Das machen wir jetzt. So, das war richtig schlecht. Der ist hinten bei der Bar irgendwo. Ist er tot? Nee. Nein. Hä? Der ist, der ist im Roten Haus, da rechts! Ist er reingelaufen. Ja, der wird wohl kaum da mehr sein. Doch. Der geht defusen. Defused. Defused! Ich hab Angst. Ich hab Angst. Oh, Flo haut noch eine raus. Ja, der ist wie... Das regt mich so auf! Philipp, ey, du hast keinen Kill die letzten 5 Runden oder so gemacht. Ja. Du hast ja auch, ich werde um zu Konter zu tun, die letzten 5 Runden oder so. Nein, die letzten 3 Runden. Das regt mich halt einfach nur so auf. Boah, die Finger! So, Runde vorbei. Wir sind doch das nächste Mal wieder dabei.